So, bitte nochmal den gleichen Spawn, oder? Hahaha, Alter, okay. Das Tarkov sagt jetzt gerade, okay, wir haben einen Knüppel lang genug maltretiert, geärgert. Er muss jetzt mit dieser scheiß Quest fertig werden, Alter. Oh nein, der 177-Bug, uh. Der Zug ist abgefahren. Ich hatte einen Hit. Ich muss auf 150 Meter zeroen. Es war ein Buddy-Treffer. Nein! Ich habe ihm einen Buddy-Shot gegeben. Fuck! Nein! Ich habe extra höher geserot. Aber weil ich von unten runterschieße, macht das keinen Sinn. Ja, shit. Speedy-Bee, Speedy-Boo. Der schnellste Boy aus Mexiko. We did it, Champs. We did it! Dankeschön für stehenbleiben. Vielen Dank fürs Einschalten. Gute Nacht. Nein! Er hat so, ey, was hat denn da auf mich geschossen? Puh! Ja, moin! Da muss erst der Juicy-Boy vorbeikommen. Mit seinem Beta-Scheiß-Rucksack. Oh, nice, Ida. We did it. Okay. War gar nicht so juicy, wie ich dachte. Sehr gefährlicher aus. So, weil wir natürlich so nett sind, wie wir sind, ja. Stecken wir seinen Scheiß. Er hat uns geholfen, die 100-Meter-Quest fertig zu haben. Also verstecken wir auf Ehrenbruder-Basis, so wie man das heute sagt. In dem jugendlichen Sprachjargon. Auf Ehrenbruder-Basis verstecken wir sein Gier. So, wie wir sind, wie wir sind. So, wie habe ich den denn nicht getroffen? Oh, 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 oh So, jetzt sind wir jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schon wieder mein Arm. Ich soll immer mein Arm in Ruhe lassen, oder? GG´s, auf jeden Fall GG´s, Alter. Den gesehen? Den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Beep, boop, boop. Aimbot detected, Wallhack aktiv, ESP funktioniert. Beep, boop, boop. Da war der zweite. Ich habe ihn gesehen. Komm. Da ist er. Ciao. Ciao, Bella, ciao. Ciao. Oh! Ich habe leider keine Nades mehr. Kein Pop mehr. Und ein zweiter noch. Einer ist da noch. Es waren zwei, die mich gepusht haben da ins Gebäude. Wahrscheinlich über mir, wenn ich es richtig gehört habe. Ich darf mich zu weit an die Wand. Worum er hin ist. Hier geht es die anderen Boys saluten. Scheiß auf den Scaff. Wird wahrscheinlich auch ein Scaff-Spieler sein. Vielleicht laufe ich jetzt noch in meinen Tod rein, weil noch ein dritter da war. I don't care. Das war hier Mr. M4. I see. Das war hier. Noch 6 Schuss Hier nicht schon mit einem ersten Schuss sterben konnte. Okay. Ausrüstung spielt der SP5. Okay. Fall abgeschlossen. Oh, das funktioniert richtig gut. Oh. Was ist los, ey? Das funktioniert ja tadellos. Ich nehme alles zurück. Zwei Mal hab ich ihn getroffen. Ah. Ich nehme alles zurück.